Armin Müller-Stahl ist ein deutscher Schauspieler, Musiker, Maler und Schriftsteller. Als einzigem deutschen Filmschauspieler wurde ihm in beiden deutschen Staaten und in Hollywoods Filmindustrie große Anerkennung zuteil. Für seine Rolle in Schein – Der Weg ins Licht wurde er 1997 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Leben Kindheit Müller-Stahl ist das dritte von fünf Kindern des ostpreußischen Bankkaufmanns Alfred Müller-Stahl und dessen Frau Editha, geborene Maas. Sie war eine Balten-Deutsche aus Estland, deren Familie 1918 von Petrograd aus nach Tilsit geflohen war. Armin und sein Bruder Hagen wuchsen in einer kunstliebenden Familie auf, in der man malte, zeichnete und gemeinsam musizierte. Sein Vater hatte ursprünglich Schauspieler werden wollen, er spielte am Tilsiter Theater mit und führte an den Geburtstagen seiner Familie eigene Sketche auf. Müller-Stahl erlebte eine unbeschwerte Kindheit bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, als sein Vater eingezogen wurde. 1938 übersiedelte die Familie nach Prenzlau. Der Vater starb am 1. Mai 1945 in einem Lazarett im mecklenburgischen Schön Berg, wie die Familie erst 28 Jahre später erfuhr. Nach Vermutung von Müller-Stahl wurde der Vater von deutschen Soldaten wegen versuchter Desertion umgebracht, da über ihn keine kranken Nackte angelegt worden war. Am gleichen Tag wurde der 14-jährige Armin in Gorstorf bei Rostock, wohin die Mutter mit den Kindern geflüchtet war, von einem sowjetischen Soldaten als vermeintlicher Hitlerjunge mit der Erschießung bedroht. In letzter Sekunde verhalf ihm ein mutiger ehemaliger polnischer Kriegsgefangener zur Flucht. Nach Kriegsende kehrte die Mutter mit ihren Kindern in das niedergebrannte Prenzlau zurück, wo Müller-Stahl bis 1948 die Schule besuchte. Im selben Jahr zog er, mit seinem Geigenkasten nach Berlin. DDR Müller-Stahl strebte zunächst an, professioneller Geiger zu werden. Vorbilder waren für ihn Gerhard Taschner und David Eustrach. Er studierte Violine und Musikwissenschaft am städtischen Konservatorium in West-Berlin, was er 1949 mit einem Examen als Musiklehrer abschloss. Dann wechselte er zur Schauspielerei. Zunächst wegen «mangelnder Begabung» zum Abbruch des Studiums gezwungen, erhielt er dennoch 1952 nach einem Vorstellungsgespräch bei Helene Weigel sein erstes festes Engagement am Berliner Theater am Schiffbauerdamm. Mit dessen Ensemble wechselte er 1954 unter der Intendanz von Fritz Wisten an die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Dort spielte er über 20 Jahre, unter anderem in den Stücken Emilia Galotti, «Kabale und Liebe und was ihr wollt», bevor er seine Theaterkarriere in den 1970er Jahren beendete. Neben vielen anderen DDR-Schauspielern stand er auch am Theater der Bergarbeiter Senftenberg in Senftenberg auf der Bühne. 2014 gab Müller-Stahl an, die DDR zwar 1956 nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands, gehasst, zu haben, 1961 aber mit dem Bau der Berliner Mauer, einverstanden, gewesen zu sein, weil er gehofft habe, dass man nun, ungestört den Sozialismus aufbauen, könne. Daher spielte er auch später in Filmen mit, die den gerade erfolgten Bau der Berliner Mauer als gerechtfertigt darstellten. Müller-Stahl ist in, und deine Liebe auch Kommandeur einer DDR-Betriebskampfgruppe, der seinen Bruder an der Berliner Mauer mit der Waffe daran hindert, in den Westen zu fliehen, und seine Verhaftung bewirkt. Seine Schauspielerkarriere beim Film 1960 begann mit dem Vierteiler Flucht aus der Hölle, in dem er aus der Bundesrepublik Deutschland in die DDR flieht, und dem im Spanischen Bürgerkrieg spielenden Drama Fünf Patronenhülsen, in dem auch sein Freund und Kollege Manfred Krug mitwirkte. In den nächsten Jahren standen die beiden oft gemeinsam vor der Kamera, so etwa 1974 in dem Spielfilm Kit & Co. Müller-Stahl wurde schließlich in der DDR zu einem gefeierten Charakterdarsteller, wie zum Beispiel für seine Darstellung des indianerfreundlichen Weißen Chris Haut in dem DEFA-Indianerfilm Tödlicher Irrtum. Er wurde fünfmal in Folge zum beliebtesten Schauspieler der DDR gewählt. Von 1973 bis 1975 verkörperte Müller-Stahl einen MFS-Agenten in der beliebten Fernsehserie Das Unsichtbare Visier, die als Gegenbild zur James-Bond-Reihe angelegt war. Als die Serie politischer konzipiert werden sollte, stieg Müller-Stahl aus, was für ihn einen endgültigen Bruch mit der DDR bedeutete. Seine Unterzeichnung des offenen Briefs gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR Ende 1976 war nur noch ein letzter Schritt. Daraufhin wurden ihm zweieinhalb Jahre lang kaum noch Rollen angeboten. Die Zwangspause nutzte er zur Niederschrift seiner Autobiografie Verordneter Sonntag. 1980 wurde Müller-Stahls Antrag, nach West-Berlin ausreisen zu dürfen, genehmigt. In der Bundesrepublik und den USA als Schauspieler in der Bundesrepublik konnte er bald wieder an die alten Erfolge anknüpfen. 1981 spielte er die männliche Hauptrolle in Lola von Rainer Werner Fassbinder und in der Westen leuchtet. Von Niklaus Schilling Müller-Stahl war später im Gespräch für die Hauptrolle des Chefarztes Dr. Klaus Brinkmann der Fernsehserie Die Schwarzwaldklinik, lehnte jedoch das Angebot zugunsten anderer Projekte ab. Darüber hinaus wollte sich Müller-Stahl nicht durch die Rolle des Dr. Brinkmann bundesweit auf das Image eines Fernseharztes schauspielerisch festlegen lassen. Auch andere Fernsehserien wie Der Alte interessierten ihn nicht, stattdessen nahm er Rollen in Autorenfilmen der deutschen Filmemacher Herbert Achternbusch, Alexander Kluge und Hans-Christoph Blumenberg an. Ebenso engagierten ihn international bekannte Regisseure wie Andrzej Walder oder Patrice Scherro für ihre Filme. Obgleich er noch kaum Englisch beherrschte, entschloss sich Müller-Stahl Ende der 1980er Jahre in den USA zu einem weiteren Neubeginn. Bei seinem ersten Film Engagement Music Box Die ganze Wahrheit von Kostagawras behalf er sich mit Tricks wie etwa der phonetischen Nachahmung des Englischen, bei jeder Aufnahme die Betonung variierend, und dem langsamen Vortrag eines Monologs, dabei intensiv die angesprochenen und schnell die Textvorlage anschauend, was er sich von Helmut Schmitz' parlamentarischen Reden abgeschaut hatte. Er spielte einen ungarischen Einwanderer, der in den USA angeklagt wird, Mitglied bei den Pfeilkreuzlern gewesen zu sein und in Budapest kurz vor Kriegsende eigenhändig Juden ermordet zu haben. Müller-Stahl verstand es, bis kurz vor Schluss die Schuld oder Unschuld des Immigranten offen zu lassen. Mit diesem Hollywood-Debüt konnte er einen internationalen Erfolg verzeichnen. Große Anerkennung erntete er 1990 für seine tragisch-komische Darstellung des polnisch-jüdischen Großvaters Sam Krichenski in seinem zweiten Hollywood-Film Avalon. Im Episodenfilm Night on Earth spielte er den ostdeutschen Taxifahrer und früheren Zirkusclown Helmut Grokenberger, der in New York sein Glück versucht. Hier konnte Müller-Stahl auch sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Für die Titelrolle in Utz wurde er 1992 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Für die Rolle des fordernd überforderten Vaters des Pianisten David Helfgott in Schein – Der Weg ins Licht wurde er 1997 mit einer Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller bedacht. Trotz seines Erfolgs auch in Hollywood kehrte er immer wieder nach Deutschland zurück. So etwa übernahm er die Hauptrolle des Thomas Mann in dem Fernseh-Dreiteiler Die Manns – Ein Jahrhundert-Roman. Diese Darstellung wird mitunter als die gelungenste seiner Karriere angesehen. 1994 produzierte die ARD unter Assi Stierender Regieführung von Müller-Stahl den Film Der Dicke mit Günter Strack als Gregor Ehrenberg. Eine Fortsetzung konnte aufgrund Stracks Erkrankung nicht mehr realisiert werden. Von 2005 bis 2012 lief in der ARD eine Serienfolge dieser Filmidee mit Dieter Pfaff in der Hauptrolle von Der Dicke. Müller-Stahl legte mit Gespräch mit dem Biest seine erste und bisher einzige Regiearbeit vor. Bereits 2006 kündigte er seinen Abschied aus dem Filmgeschäft an. Als Gründe für seinen Ausstieg gab er unter anderem an, dass die spektakuläre Bekanntheit und die außergewöhnlich hohe Bezahlung von Schauspielern und Produzenten heutzutage nicht mehr der Qualität ihrer Leistungen noch deren tatsächlichem Können entspreche. Nach den Dreharbeiten wolle er sich dann ganz der Malerei, der Musik und der Förderung junger Künstler widmen. Es folgten die Buddenbrooks-Verfilmung von Heinrich Breloa und eine Hauptrolle in Kronenbergs tödliche Versprechen – Eastern Promises. Entgegen den häufig in der Presse geäußerten Vermutungen eines völligen Rückzugs betonte Müller-Stahl lange, dass er bis zu seinem Lebensende gute Rollen spielen möchte, jedoch mit abnehmender Häufigkeit. 2021 äußerte er allerdings anlässlich seines 90. Geburtstages, dass er, den alten Mann nicht mehr auf der Leinwand sehen, wolle, und in den letzten Jahren auch profilierte Rollenangebote aus Hollywood abgelehnt habe. Er wolle sich lieber seinen anderen Interessen widmen. Seinen bislang letzten Filmauftritt hatte er 2015 in Night of Cups von Terrence Malick. Als Musiker, Maler und Schriftsteller Müller-Stahl schrieb bereits einige Romane und Erzählungen, beginnend mit dem Roman Verordneter Sonntag von 1981 verstärkt seit Ende der 1990er Jahre. Bei seinen Lesungen mit dem Motto Bin schon gaukler 50 Jahr – einen Anfang seiner Gedichte zitierend – wurde er von der Violinistin Sarah Spitzer und dem Pianisten Mike J. Ian begleitet. Weiterhin präsentierte Müller-Stahl seine Zeichnungen und Aquarelle schon in mehreren Ausstellungen – 2001 fand die erste Präsentation im Filmmuseum Potsdam statt, später auch im Lübecker Buddenbrockhaus und anderen Orten. Seine Zeichnungen entstanden vor allem in den Drehpausen am Filmset. Während er sich beim Filmschauspiel immer sehr eingebunden fühle, seien das Malen und Schreiben die einzigen Momente, in denen er – wirklich fliegen – könne. Bei vielen Vernissagen seiner Ausstellungen spricht sein Freund Björn Engholm die einleitenden Worte. 2007 gestaltete Müller-Stahl mit fünf Lithographien die Buchrücken einer auf 999 Exemplare begrenzten Sonderausgabe der dreißigbändigen Brockhaus-Enzyklopädie, die für 5000 Euro angeboten wurden. Über sein zeichnerisches Werk sagte er, beim Zeichnen ist man selbst der Regisseur. Es gibt keine Verbote, und man hat alle Freiheiten. Das Zeichnen fiel mir so leicht, ich dachte, alles, was einem leicht fällt, ist nicht so bedeutend. Zeichnen ist für mich viel leichter als Schauspielern. Trotzdem gibt sich Müller-Stahl durchaus bescheiden, was sein zeichnerisches Talent angeht. Es sei beispielsweise nicht groß genug, um die Natur in ihrer ganzen Schönheit wiederzugeben, ihm gehe es daher mehr um die Darstellung von Menschen, die er als Resultate des täglichen Überlebenskampfes zeigen wolle – es ist ein unglaublicher Kampf, überhaupt zu überleben – und diese Kämpfe will ich in einem Gesicht sehen, weil sie jeder Mensch führt, ob schön oder nicht schön. Im Herbst 2010 wiederholte er als Sänger mit Günter Fischer, einem früheren Filmmusiker der DEFA, eine Aufnahme von Liedern, die er vor über 40 Jahren in der DDR komponiert und im Fernsehen vorgetragen hatte. Im Juli 2009 wurde Müller-Stahl in den Hochschulrat der Hochschule für Musik und Theater Rostock gewählt. Außerdem gehört er seit der Gründung dem Kuratorium der Freja von Moltke Stiftung an, die sich unter anderem dem kulturellen Austausch mit Polen widmet. Familie In erster Ehe war Müller-Stahl mit der Schauspielkollegin Monika Gabriel verheiratet. Seit 1973 ist er in zweiter Ehe mit der Hautärztin Gabriele Scholz verheiratet und hat mit ihr den Sohn Christian, der in seinen frühen Jahren Filmrollen übernahm. 1992 trat er mit seinem Vater als 18-jähriger Baron Kaspar Joachim von Utz in Bruce Chatwins Roman Verfilmung Utz auf. Heute ist er als Arzt tätig. Armin Müller-Stahls älterer Bruder Hagen Müller-Stahl arbeitete als Regisseur und gelegentlich als Filmschauspieler, seine Schwester Dietlind ist eine Schauspielkollegin, die ebenso lange Zeit am Berliner Ensemble tätig war. Gemeinsam mit ihrem Bruder trat Dietlind Stahl 1960 in zwei frühen Filmen auf. Als Müller-Stahl Einblick in seine Stasi-Jagden nahm, musste er feststellen, unter anderem von seinem besten Freund an die Staatssicherheit verraten worden zu sein. Dennoch hält er bis heute ein Gesprächsangebot an ihn aufrecht und schützt ihn mit seiner Verschwiegenheit. Heute ist ihm Kalifornien zur zweiten Heimat geworden. Das angenehme kalifornische Klima und die Gewissheit, dort neue Freunde ohne DDR-Vergangenheit, zu finden, gaben ihm den Ausschlag für seinen neuen Wohnsitz. Müller-Stahl wohnt abwechselnd an der kalifornischen Küste, an der Ostsee und in Berlin. Er hat neben der Deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Dezember 2011 besuchte er zum ersten Mal seit 1938 seine Heimatstadt Tilsit, die heute Russisch ist und Sowetsk heißt. Dort wurde er 2011 zum Ehrenbürger ernannt. Werke verordneter Sonntag Severin und Siedler, Berlin 1981 234 S. Unterwegs nach Hause. Erinnerungen. Von Schröder, Düsseldorf 1997 227 S. Neuauflage. Aufbauverlag, Berlin 2005, ISBN 3-7466-2196-8. In Gedanken an Marie-Louise. Eine Liebesgeschichte. List, München 1998 238 S. Armin Müller-Stahl, Malerei und Zeichnung. Katalog zur Ausstellung im Kulturforum Burgkloster zu Lübeck und im Buddenbrockhaus, 17. November 2001 bis 20. Januar 2002. Kulturforum Burgkloster, Lübeck, ISBN 3-9807752-1-6-64S, 62-farbige Abbildung. Armin Müller-Stahl, Urfaust. Katalog zum gleichnamigen Mappenwerk, Verlag Kunsthaus Lübeck 2003, ISBN 3-923475-37-3-60 S. 21. Abbildung. In S. W. Armin Müller-Stahl, Night on Earth, Day on Earth. Zweisprachiger Katalog zur Ausstellung in der Villa Aurora, Verlag Kunsthaus Lübeck 2003, ISBN 3-923475-97-7-80 S. Abbildung. In S. W. U. Fabich, Hanna, Erzählung, Aufbau. Berlin 2006, ISBN 3-7466-2224-7-134 S. Rollenspiel. Ein Tagebuch während der Dreharbeiten zu dem Film, die Manns. J. Strauss, Potsdam 2001, ISBN 3-929748-24-X, 226 S. 113 Abbildung. Venice. Ein amerikanisches Tagebuch. Aufbau. Berlin 2005, 141 S. ISBN 3-351-02609-9. Kettenkarussell. Aufbau. Berlin 2006, ISBN 3-351-03083-5-152 S. Portraits. Malerei und Zeichnung. Aufbau. Berlin 2006, ISBN 3-351-02641-2-157 S. Armin Müller-Stahl Künstler Edition der 21. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie. 30 Bände. F. A. Brockhaus, Leipzig, Mannheim 2007. Die Buddenbrooks Übermalungen eines Drehbuchs. Mit Texten von Heinrich Breloa, Herwig Guratsch und Armin Müller-Stahl. Henschel, Berlin 2008, ISBN 978-3-89487-634-0. Die Jahre werden schneller. Lieder und Gedichte. Aufbau Verlag. Berlin 2010, ISBN 978-3-351-03316-3. Dreimal Deutschland und zurück. Aufgeschrieben von Andreas Halaschka. Hoffmann und Kampe. Hamburg 2014, ISBN 978-3-455-50317-3. Die Blaue Kuh. Hartier Kanz Verlag. Berlin 2016, ISBN 978-3-7757-4250-4. Der Wienvogel fliegen kann. Herausgeber. Vom Kunsthaus Lübeck. Hartier Kanz Verlag. Berlin 2018, ISBN 978-3-7757-4492-8. Lyrik und Bildband. Auszeichnungen 1963, Erich-Weinhardt-Medaille 1963, Kunstpreis der DDR 1972, Nationalpreis der DDR zweiter Klasse 1975, DDR-Fernsehkünstler des Jahres 1982, Filmband in Gold für Lola 1983, Deutscher Darstellerpreis 1985, Goldener Gong für Hautner, mit Regisseur Peter Schulzerohr 1985, Darstellerpreis beim Montreal World Film Festival 1989, Bundesverdienstkreuz 1, Klasse 1992, Silberner Bär bei der Berlinale 1992, 1993, Berliner Bär 1996, Preis des Australian Film Institute für Schein 1996, Preis der San Diego Gesellschaft für Filmkritik für Schein 1997, Golden Satellite Award als bester Nebendarsteller in einem Drama für Schein 1997, Jupiter für die Manns 1997, Berlinale Kamera für sein Lebenswerk 1998, Ehrendoktorwürde des Spertus Institute of Jewish Studies in Chicago 2002, Großes Bundesverdienstkreuz 2002, Jupiter für die Manns 2002, Adolf Grimme-Preis für die Manns 2003, Quadriga in der Kategorie Charisma des Weltbürgers 2004, Christian der tschechischen Filmkritik für seinen lebenslangen Beitrag zum Weltkino, International Film Festival Prag, Febiofest 2004-2005, Kulturpreis des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein eingetragener Verein, Kultur aktuell, 2005, Bremer Hanse-Preis für Völkerverständigung für sein Lebenswerk 2005, Festival Honors vom Edit Film Markers Festival 2005, Preis der DEFA Stiftung für die Verdienste um den Deutschen Film 2006, Karl Zuckmeier-Medaille 2006, Schleswig-Holstein-Filmpreis 2007, Deutscher Filmpreis für sein Lebenswerk 2007, Bild-Oscar 2007, Bambi-Schauspieler National 2008, Goldene Feder 2008, Genie Award für Tödliche Versprechen 2008, Ehrenpreis des Internationalen Filmfestivals von Carlo Vivari 2008, Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern 2009, Bremer Stadtmusikantenpreis 2009, Internationaler Mendelssohn-Preis zu Leipzig in der Kategorie Bildende Kunst 2009, Ehrenpreis des Filmfestivals Türkei, Deutschland 2010, Verleihung des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen 2010, Steiger Award 2010, Stern auf dem Boulevard der Stas in Berlin 2010, Ernennung zum Ehrenbürger des Landes Schleswig-Holstein 2011, Goldener Ehrenbär der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2011, Goldene Kamera für sein Lebenswerk 2011, Ehrenbürger seiner Heimatstadt Tilse 2011, Preis der Deutschen Gesellschaft e. V. für Verdienste um die Deutsche und Europäische Vereinigung 2013, Platinumie für das Lebenswerk 2014 zu 35, Bayerischer Filmpreis 2013 Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten 2014, Filmfestival von Locarno, Ehrenpreis für das Lebenswerk 2014, Ascania Award 2016, Washington Jewish Film Festival, WJFF Visionary Award für Avalon 2016, Deutscher Schauspielerpreis 2016, Ehrenpreis. Eheinen, 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 E